Viele von euch haben mich gefragt, wie man denn die Unterlaufschrotflinte in Ghost Recon Breakpoint bekommt. Das ist super einfach und in diesem Video zeige ich dir wie. Wenn du dich für Ghost Recon interessierst, abonnier auf jeden Fall meinen YouTube-Kanal, denn dort findest du immer alles rund um Ghost Recon. Um die Unterlaufschrotflinte zu bekommen, musst du das Event Operation Ember Sky starten und durchspielen. Das ist das Event mit dem Gas, denn die Unterlaufschrotflinte ist hier die Abschlussbelohnung. Auf meinem YouTube-Kanal habe ich übrigens auch ein umfangreiches Tutorial zum Gas, falls du da Hilfe benötigst. Und das war's. Mehr musst du nicht tun. Dauer zugegebenermaßen ein bisschen, aber Operation Ember Sky ist auch echt cool.